Meine lieben, wo russiert Dortmund? Bayern hat sich gegen Bader-Bond hochgesetzt und hat 2-1 nach Verlängerung erzielt. Können wir überraschen oder überrascht uns Dortmund? Das ist die große Frage. Sind, glaube ich, alle soweit fit, außer Frank Rohnstück? Nihes wird wieder dabei sein. Ja, und unser Torhüter, also Arthur Lyska, der eigentlich Kalko-Hüter machen würde, der wird nicht dabei sein. So, jetzt ist die Frage, wie spielen wir? Erst einmal TIGA Block, würde ich sagen, wenn wir die Pressing-Liner runterziehen. Das sagt man nicht, wir sollten leider nicht in die Zweikämpfe gehen. Wir sollten aber versuchen, die Flanken zu verhindern, weil wir nämlich nicht die Lufthoheit haben, glaube ich. Deswegen spielen wir so irgendetwas. Es ist nicht eingestellt. Jetzt ist das, Herr, der sich für einen Leitverhöhnen stüttelt. Das ist das, Herr Kumpels prevented, in der Leitverhöhnen. Und die Zeit wurden in der Leitverhöhnen was für einen quit. Jetzt muss ich die Zeit zu verrienden, wo wir den Leitverhöhnen waren. Der Leitverhöhnen war eine größte Sache. Es ist ein mögliche. Will das ist ein bisschen verbrechen? Und das ist ein bisschen zu verbrechen. Ich verstehe, der Leiten, das ist ein bisschen, das ist es zu verbrechen. Wie beim Auftritt, der Leitverhöhnen wird da, Wir sollten hier auch eher mehr Verticaler spielen, über die Außen, auf den Zielspieler. Im Raumdeuter bin ich nicht 100%, der wird eher mehr enger stehen. Eine Wortschöpfung von Thomas Müller, ständiger Versuch nach Räumen, im Prinzip ist er ein Knipser. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, starten wir gegen Dortmund. Gut. Gut. Mehr brauchen wir aber nicht. Gut. Das Spiel? Also unser Viertelfinalspiel gegen Borussia Dortmund. Wir sollten Niklas Züller rausnehmen aus dem Spiel. Gecken würde ich die jetzt nicht alle. Wir können einige Schlüsselspieler probieren, auch Marco Reus. Das wird ganz ganz schwer werden, dass wir die da rausnehmen. Also unsere Ausstellung, wie wir der als Raumteuter auf der linken Seite spielen wird, rechten Seite im Winkel. Wir werden jetzt ein bisschen noch experimentieren, ein bisschen was neues probieren. Von der taktischen Marschroute her. Und wir haben ein ausverkauftes Haus. So viel können wir sagen. 49.327 Zuschauer. Der darf können das bis auf 20.000 aufferten. Aber momentan einmal müssen wir mit 49.329 befrieden sein. So. Und jetzt bin ich gespannt, wie gut wir gegen Dortmund performen werden. Dann. Klottabäck. Sieht aber nicht da wieder. Mhm. Mhm. Ja, Bilbi, komm komm komm, Mori, da hätten wir jetzt die Möglichkeit, Raschl, hat er Platz? Ja, abgeblockt. Das haben wir jetzt ein bisschen umständlich gespielt, das hätten wir einfach spielen können. Hallo. Ja, das kommt mal wieder, gute Einsatzvorraschung. Technisch ist das nicht so fein, was Winkler das spielt. Er hat immer so, ich weiß nicht, er verspringt momentan der Ball so oftmals, keine Ahnung, hat er die falschen Schuhe an? Das war ja nix von Raschl. Also, wir sind eindeutig. Ich bin nicht der Favorit hier in diesem Spiel. Aber Bortmund tut sich, glaube ich, auch schwer gerade hier. Ja. 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 Ja, aber, irgendwie passiert das alles. Das ist der Trick 소리, der ist schon angeschlagen, der kann nicht durch Philippe nach Dann wird wahrscheinlich gleich runtergenommen werden. Silvia. Ragnar. Marco Reus, schlechter Bass. Winter. Ekel. Frederik Winter. Schlecht gespielt von Ragnar. Ich glaube, da ist die Nervosität auch ein bisschen drüber, wenn wir dann bei der Bandschiff gehen. Aber wenn man das 0-0 in die Halbzeit rettet, dann ist alles drin. Savica. Guter Schuss. Marcel Savica. Vincent Müller hat den Ball gerade noch so erreicht. Er wäre reingegangen sogar, so wie er sich reingesenkt hat. Also, er hat es einfach mal probiert. Er ist jetzt nur ein bisschen drüber. Ja, ich fühle mich weiter. Ich fühle mich direkt an, dass viele Stunden nachdenken. Ich fühle mich weiter. Ich fühle mich weiter. Entspannst du dir immer wieder? Du schaffst mich gar nicht klar, denn es ist das Gott. Entspannst du nur das Gott bringt. Aber Sie werden das Gott betrachtet, oder? Ragnarha. Schön gesehen auf Buchacz. Demotrius Buchacz kann er den Konter vollendeln. Winkler. Marei. Oh, da kommt die Flanke. Ilwia und Pogel. Jetzt ist Ragnarha angeschlagen. Oh je, oh je, oh je. Schaut nicht gut aus. Müssen wir Thea Rode bringen. Bringt nix. Eckball Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit. Vielleicht bringt er eine gute Ecke rein. Winkler. Jetzt auf der anderen Seite. Seinen linken stärkeren. Ecke. Ilwia. Ers. Ecke. Marschel. Winkler. Es ist schwer. Das wissen wir. Es ist nicht gerade die beste und einfachste Partie. Jetzt gibt es Freistoß für Dortmund. Aber es ist alles drin für uns. Auch für Dortmund ist alles drin. Winkler. Wilbier. Erode setzt sich durch. Aber natürlich nicht der jüngste mehr. Wilbier. Winkler. 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 gelöst von der rote Je länger die Partie dauert desto besser kann sie werden für uns Spielbehörer kann jetzt nicht mehr wir müssen jetzt natürlich einige frische Spiele bringen also Nihes kann auch nicht mehr geht mal runter Helgerson wird kommen haben wir dann noch Mathieu Mouré ist viel gelaufen ich glaube Dortmund wüssten sie jetzt nicht wo man an wen sie alles reinbringen sollen sowieso die halbe Mannschaft war der müde wirkt hier gibt es ja auch eine arena Giovanni Reiner also Willy Brandt auf Giovanni Reiner hat aber Pech gehabt hart ausgerechnet in der 82 der Schuss ist abgefälscht worden von Jonas David das ist bitter das ist bitter aber Semis er hin freut sich auf das Spiel wieder der Siegen der einzige ja gut also gegen die Partie also in der Partie hätte ich glaube ich mit Vincent Müller nicht viel zu reden gehabt wäre Arthur Lüßke halt interessanter gewesen wenn er dabei gewesen wäre aber schade es sollte halt nicht so sein ich habe mir gedacht wir haben nicht die Luft vorher aber anscheinend haben wir sie dort zumindest vorne gut das sollte halt nicht so sein das ist halt bitter ja ich meine Borussia Dortmund ist halt ein klasse Unterschied noch aber ja viel hat er nicht gefehlt so wir erhalten 1,4 Millionen Fernseheinnahmen haben wir auch bekommen Wartenverkauf ist dabei wir haben ein Plus von insgesamt 2 Millionen in diesem Monat das ist schön weil es ist nicht selbstverständlich dass wir im Februar ein Plus ungefähr 2 Millionen haben das wird ein bisschen wahrscheinlich weniger werden aber nach unten aber das passt schon also wir haben jetzt da ordentlich ordentlich gespielt gegen Dortmund und wir hätten da vielleicht ein bisschen mehr gebraucht die Kamerae hat sich hier ein bisschen nach unten hin entwickelt das ist ganz informant ich muss mal kurz in die individuellen Dinge ran äh das ist das ist ja das ist das ist ja Schauen wir mal das Ragnar nach, bis das Spiel gegen Bresden wieder fit ist. So, jetzt schaue ich kurz noch in die Prognose rein. Das wäre, naja, Prognose sagt jetzt nicht viel aus darüber. Wir haben ja praktisch jetzt einen Überschuss gemacht in dieser Saison. Rein theoretisch sind wir bei 1,4 Millionen in dieser Saison. Je nachdem, wo wir dann abschließen, kriegen wir dann noch die Platzierungsskeller dazu. Das heißt, 14, 15, 20 Mille vielleicht noch. 8 Mille ungefähr, ungefährer Kontostand 8 Mille. Ich glaube, es wird ein bisschen mehr werden. Es ist grundsätzlich wichtig, dass wir das so gesund wirtschaften, wie es schon möglich ist. Generell immer ein Plus haben, allgemein. Wir müssen jetzt wieder liefern. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020